was geht leute und damit erst mal herzlich willkommen zu killing floor 2 heute auch wieder mit klubsche dem hobby power ranger hallöchen wir haben uns das spiel mal besorgt das gibt es seit heute und dachten wir hauen davon eine runde raus gucken wie das so sein wir sind echt gespannt drauf kurze erklärung dazu das ist wie man schon am namen hört ein spiel wirklich sehr viel ballern muss sehr viel sind das zombies kann man dazu sagen kreaturen hässliche viecher die man wegballern muss es gibt es gibt wo man gegen andere spieler gleichzeitig auch noch spielen muss das habe ich noch nicht so ganz gecheckt auf jeden fall an sich ein sehr geiles spiel geile zeitlupe alles mit drin was man so braucht und ich will mich sagen let's go armer eiferturm tschüss jo das ding steht nicht mehr lang das sieht demnächst so aus wirklich natürlich zum apokalypse mal gucken es gibt ja leute die glauben da wirklich tut ja also ich mache gerne aber zum theorien darüber ich bin raus was 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 passiert wenn wir auf einmal von lauter prime daten basiert werden das ist übel alles gleich geht schon los geht schon los von innen auch damit ja ich bin noch erste zeitlupe hier kann man sehen wie das blut fliegt da kommt direkt die nächste jawohl da ist mein magazin klein das ist echt klein das muss ich auch sagen moment mal welche waffe hast du das ist ja wie das ist noch als richtig gut erstmal kopf weg meine freunde guckt weil ich habe mich angekommen ich habe ich habe ja den überlebenskünstler der Prozent Ränder im Primärwaffe Hartz und ich habe die AR-15 gekriegt ich hätte gerne mal was anderes gehabt also bis jetzt werden vor schon ohne gespielt um heute zu gucken wie ich das muss man achten und so weiter kann ich wirklich sagen gefällt mir sehr gut ich glaube alter mit den überlebenskünstlern kannst du einfach alle waffen kaufen alter alter was ist hier los wie viele waffen ist nämlich eine zweite primärwaffe jetzt haben wir die und wenn wir drei gedrückt halten sehen wir schon mal sekundär fällt hast du eine rechts primär fällt hast du noch links die und auch die und auch die ich hole in Katana abwerfen wie geht das der Gruppe ja das wollen wir ja das hat der Lachen jetzt hat der Gruppe ja das ist bestimmt richtig geil ja ich würde mal sagen bleibst du jetzt mal in der Nähe von ihm ich möchte das gerne mal sehen ja ich würde das auch gerne mal sehen ich finde das voll cool wenn das Magazin voll ist und mein Viereck zum Nachtladen drückt dann holt er entweder das Magazin raus oder macht andere coole Aktion damit das ist nice da eine Ecke oh das stimmt also ich muss zum map bis jetzt sagen meins wo alter slowmo das ist wirklich das geilste ja das ist richtig geil so pass auf Fick auf den Raketen oh ok alles schon tot warte ich hab hier ein paar was gedacht ich hab hier ein paar was gedacht snap oh ho 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 komm in slowmo slowmo weil ich irgendwie irgendwie ich denke die komisch die scheiße das rüberkommt weißt du er kennt sie da erstmal alle und ich bin doch am Nachladen ja nachladen muss halt sein so schütz ja das ist leider so ein Abteil beim Kartal noch alter watsch also wir haben das schon mal so gut sind vorgeschlagen das Spiel mit VR Brille klubschilder habe ich angekotzt, rette mich kommt zurück mach ich ja kann ich eigentlich jetzt ah nice ne doch ne ich kann jetzt weil ich gedrückt halten das ist gar nicht möglich alter ist das eklig ich muss mich mal kurz selbst halten ich muss mich mal kurz selbst halten die bitch die schluckt ja auch nicht ohne ey das ist echt unnormal jetzt packt deine Machete weg das ist schon gemacht als aber nicht ein anderes weil sobald man gegen Metall oder sowas schießt dann kommt das wieder zu auch mal kurz das ist mal wenigstens guck die hat den Kopf verloren und wenn die trotzdem noch hinterher das letzte was ihr durch den Kopf gehst war die Pistole naja ne unsichtbare Schlampe ich muss gerne anderes wünschen aber naja das kommt wieder oh 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 auch das ist gut das ist glücklich das sah voll cool aus gerade ja so wie du so in die Ecke kamst wenn du mir vorbeigelaufen bist in Zeitlupe zähler mich an unsere erste Begegnung unser erstes mal war ja auch special auf deinen raketenwerfer ich habe ein katana alter ich kann mit l2 einen schweren angriff machen automatik geht sehr schnell ich habe noch 36 api alter ich habe hier voll den leichenberg hinterlassen ich habe 2200 wo ist denn hier der arzt alter der händler ja ja hier ist er ganz genau diese blauen pfeile führen dann immer zu diesem munitionslager ja schon ein bisschen mehr muniz die muss ich jetzt mal nachleihen also man kann sich immer mit kreis ich komme meine schotten automatisch sachen kaufen oder sie so als selbst kaufen wenn man noch nicht weiß was gut ist einfach automatisch würde ich sagen ich habe mir jetzt mal eine schotten ja man sieht auch man kann also die waffen die zehn unterschiedlich also manche kosten mehr manche weniger und die drei sind auch schwerer man kann insgesamt momentan kann ich 15 tragen also 15 gewicht gut das war nicht so gut dass man sich zum beispiel auch nicht munition wobei ich habe mir gerade volle munition geholt ich habe hier meine schotten das ist ein paar gegner kaputt machen da kommen schon die ersten die magazine ich habe ein problem ich habe ein problem ich habe ein problem ich habe ein problem ich habe ein du hast die falsche freunde ja ich weiß das ist mir schon klar seitdem ich kenne alter der konnte ja gar nicht also wir hatten doch darüber geredet nicht im video ja ja ich habe schon das ist einfach mal richtig beglücken da in dem leichenberg ist noch schön warm nein gesteht hat die foto vor mir und ich muss nachladen ein altraum naja natürlich die siehst du doch gar nicht ja eben das lohnt ja nicht alter wie meine shotgun reinballert doch so folgendes fettisch oder nicht halt meine shotgun ist einfach der shit alter doch klub schien pass mal auf wo bist du moment mal es gibt noch 55 alter ich pass mal auf ich habe jetzt shotgun raus ok das war ein großer ich brauche mal kurz von hinten ja ich muss wieder nach granate ich hasse alles alles denkt dran rechtzeitig für nein hat mich gepackt alter der hat mir gerade in den nippel gebissen ich wusste durch ich habe noch keine muttermilch ich bin mann was nein würde ich niemals sagen ich habe probleme hier ist ein raketenwerfer und hier granate kriegt euch alle mein name ist jesus die kommen aus dem gulli raus die schlampen endlich ist er tot alter das war der kopf alter alles klar pass auf katana katana action frisst das ich fick dich mit meine katana alter der ist explodiert alter keine punkte nur nach sagt sagt ich bin tot ich wollte gerade sagen das kann nicht lange gut gehen naja das ist halt nachteil an nahkampfwaffen du kannst auch vier gedrückt halten dann heilst du dich immer na ja das weiß ich das war okay weil du mit so wenig leben durch die gegend grenzt dachte ich ich erwähne es mal keine sorge ich habe wird knapp aber er kriegt sind jetzt kriegt er seinen anfall ähm der prime wenn er hunger hat nice endlich oh lol ich habe jetzt alter ich habe meine ganze ausrüstung verloren niedermetzel da haben wir meine Trophäe uns sind Leute beigetreten da hat der eine hat mir meine meine dinge ist geholt geklaut da hat mein katana geklaut der eine echt ja ich habe jetzt zwei revolver als primärwaffe und sonst habe ich alles verloren ich habe gar nichts mehr gut aber das sind das katana okay ich hätte das verkaufen können dann hätte ich geld gekriegt ja deswegen ja ist ja auch jetzt du so ich habe aber noch 1 8 was hole ich mir davon gut kann man hier sonst eigentlich noch was kaufen ich weiß es nicht scheinbar was mir alles holen kann nicht so oder brandgrabenwaffe flammenwerfer mikrowellenwaffe alles gleich um in dem mikrowellenwaffe mikrowellenwaffe ja es ist fertig was ist das denn für ein teil alter ich hab mir jetzt mal p90 geholt ich habe ich damals bei mw3 ich glaube das mp5 oder ich weiß nicht da er weiß nicht was eine mp5 ist mit so vielen leuten macht es glaube ich viel mehr spaß ja was ist das da für eine geile waffe alter in der letzten runde hattest du auch die mikrowellenwaffe oder was ja einfach mal durch hier fickt euch alle level aufstieg über lebenskünstler 1 leute also ich kann von unten ist nur empfehlen von unten kommen sie auch wer ein zombiefetisch hat natürlich also wer auch gemetzelt steht sogar ein bisschen realistisch wenn die kugeln abprallen auf metall schießen und so weiter macht spaß wo dahin geflogen ist alter mehr muss ich dazu nicht sagen hier guck mal der mühlsack ich spiel fußball aus den jungen zu ich spiele fußball deswegen bin ich nicht gerne in häusern bei sowas naja weil du zu sehr schnell eingekestelt werden kannst wow 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 wieso stelle ich mich immer in sowas ein weiß ich nicht ich habe das auch immer egal bei welchem spiel ich bin immer der erste der wegen sowas stimmt was ist da los alter warum sind da so viele decke alter meine granaten äh moment erhalte munition ich bin nur am eiter das ist ein bisschen nervig dass die magazine so schnell leer sind man muss nur nachladen ja man ballert halt auch die ganze zeit dann sind die magazine logischerweise auch leer ja aber so schnell weißt du alter die magnums sind voll gut die ich habe ich habe heute mittag eine mecklung gegessen alter die nachladen animation war grad mega krank in zeitlupe und wir haben sie nicht gesehen weil er hat man scheinbar wieder nachladen musste von da kommen sie jetzt auch wieder die schreit irgendwie die schreit die ist wütend die hat nicht genug geschockt so taschen haben wir wieder wieder wie das die fans gerade fängt sie alle von den einen typen kannst du munition abholen alter was ist das denn für einer metzger ich hätte gerne es bei rips geben wir es bei rips wieso lerne ich die typen immer ich gehe doch einfach weg alter lassen wir die ruhe so gut ich habe jetzt nur noch meine pistole ok einer noch alles klar einer geht noch alter das spiel hat so viel action war ich habe keine ahnung der kämpft dass der boss ist in der letzten runde gleich haben wir die letzte runde du hast nur vier runden eingestellt hier ist ja doch ich kann das gar nicht einstellt vorhin hattest du doch sieben runden eingestellt das macht irgendwie automatisch also kannst du das nicht ändern nein ich habe auch beliebig gestellt ja gut gibt dein geld aus mal los moment das letzte runde ich sollte ja rüstet gut auf alles was ich weiß nicht was ich mir noch holen soll man kann gar nicht so viel holen ne irgendwie nicht auswahl gibt es nicht gerade sehr viel das ist ein kleiner nachteil an dem spiel also ihr seht wenn man alles hat nach einer zeit lang wie ich schon gesagt habe hat man alles und ich finde man sollte noch ein paar spezifikationen bisschen individualisierung vielleicht andere granatentyp obwohl er nicht zum spezialisten gehört oder blendgranate irgendwie verbessert mit mods keine ahnung vielleicht geht das johannes wie gesagt wir spielen das hier zum ersten mal ähm probier mal was wenn du ähm ok moment ist egal geht gleich los aber ich konnte mir noch eine waffe holen eine pistole konnte ich noch ein gewicht hatte ich noch frei ach ja der patriarch kann sich immer noch und selbst heilen weg laufen und selbst heilen ja das wird sehr schön naja macht er sich nicht irgendwie so komisch unsichtbar er macht sich unsichtbar und dann rennt er los ja alter dreck 35 damage in meine wichse reingekriegt hier äh ich bin voll alles klar ich bin voll moment mal haben wir schon ein verloren alter er gibt mir gerade eigentlich hat da liegen auf jeden fall waffen der will auf mich nicht betont haben wir schon verloren die gehen alle so offen drauf ich glaube gar nicht dass es schlau ist ich halte ein bisschen zurück ich guck dir mal zu oh da ist der nächste Leute das ist nicht schlau wir sind jetzt echt nur noch zu zweit du bist alleine und nur noch einer oh mein gott die waffe die zieht die waffe die aber jetzt hat er ab jetzt kommen wir klagen wieso bin ich der letzte ich habe mein leben ich finde die zuschauerkamera voll komisch ich sehe deine waffen nicht oder sonstiges ist sie einfach nur deine sicht ja die ist nicht ego perspektive ich nicht doch kann kann zu einstellen also jetzt habe ich freie kamera guck jetzt ist der leben wieder voll mal gucken ob die munition reicht die du hast wie soll ich den jetzt bitte alleine schaffen ja keine ahnung so wie der wow wow da ist er oh slap bitch äh bitch slap slap bitch slap bitch slap bitch oh ob die u-bahn so gut ist hier kommt der schaffner fuck keine gute idee oh man verpiss dich okay er sprintet dir gerade hinterher lauf 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 alter der hat gerade eine rakete angefeuert okay der sprintet jetzt wieder er hat sich unsichtbar gemacht rennt dir immer noch hinterher da sein das machen im ernst das kann man doch gar nicht mehr schaffen ok gerade als anfänger ist das echt scheiße ja aber ich meine wenn alle drauf losgehen die sind einfach in den nahkampf fast gegen gegen diesen typen das ist glaube ich dann schon ein bisschen heftig ja ja aber ohne spaß ich konnte da nichts machen der ist wirklich gefühlt nur auf mich gegangen ich hatte 100 rüstung 100 leben und dann nach so ein paar sekunden war ich weg aber gefühlt habe ich alles abgekriegt aber man muss sagen macht echt richtig viel spaß geiles gemetzel auf jeden fall die map wenn man hier mal so zeigen kann die maps sehen auch schon mal alle ganz gut aus genau ps4 pro unterstützung gibt es natürlich auch und oh ein gefängnis mit m h 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 r h h gut das war es mit dem Video das geht eure Meinung da Hau rein bis zum nächsten Mal Leute Ciao